Die Kerbe 2016 in Essingen, das höchste Fest des Dorfes, wurde von der Kapelle Nostalgie im Blech mit zünftiger Blasmusik eröffnet. Danach begrüßte Ortsbürgermeisterin Susanne Volz die Gäste der Kerbe und wünschte viel Spaß und gute Laune. Wir begrüßen möchte ich unseren Verbandsbürgermeister, Herrn Axel Wassel, unsere zwei Beigeordneten, zwei Beigeordneten, Dan Schwaigert und Frank Jordan. Und wen haben wir diese Stunde zu verdanken? Unseren vielen Helfern und Helferinnen, die schon vor Monaten mit einer Kreativgruppe, Kerbe, unter der Leitung von Wolfgang Volz begonnen haben, sich Gedanken zu machen. Die Weinprinzessin ist heute leider nicht anwesend. Die ist diese Woche kurzfristig im Urlaub geflogen. Aber ich glaube, auf Zypern ist es nicht wärmer, als es ihr heute um den Essen ist. Aber ich denke, vielleicht kann der Herr Wassel sie nachher wirklich vertreten und einfach was zu uns richten. Verbandsbürgermeister Wassel war etwas erstaunt, die Weinprinzessin vertreten zu sollen. Hatte er doch sein Kostüm mit den vollständigen Accessoires nicht dabei. Peinlich, peinlich. Ich wünsche Ihnen heute Abend einen schönen Abend, morgen über Meute und bis zu Dienstag. Bei uns sind die Eskalkiere, Gebührhund, Entschuldigung und alles Gute. Beinahe wäre der Umzug ins Wasser gefallen, denn von den gemeldeten Teilnehmern waren nur wenige gekommen. Man konnte schon frei nach Otto sagen, die Demonstration der Jungfrauen fiel aus. Eine war krank und die andere wollte alleine nicht los. Aber zum Glück sprangen Jugendliche des Jugendtreffs für die Spanierstraße sowie Norbert Merkel für die Gartenstraße ein. Und wie man sieht, war es auch ein außerordentlich nahrhafter Umzug mit Serrano-Schinken und Sangria, wie es sich für Spanier gehört, und Früchte des Gartens von Norbert Merkel. Klar, dass sie ausgiebig gekostet wurden. Serrano-Schinken, Gartenfrüchte und Sangria sind lecker. Aber was wäre eine Kerferöffnung ohne Freischoppen? Und kaum hatte Ortsbürgermeisterin Volz die Freischoppen eröffnet, So, die Freischoppen sind eröffnet. Waren schon die ersten Dürstigen zur Stelle. Ich meine, da muss man sie schon ranhalten. So ein Fässchen ist schnell alle, selbst wenn auch ein zweites davon irgendwo zur Verfügung steht. Während viele Gäste auf dem Rathausplatz den Weinen und Freischoppen zusprachen, waren die Landfrauen auf dem zweiten Festplatz, dem Turnplatz, tätig und verkauften ihre sehr gefragte Kerwebratwurst. Diese war natürlich etwas Besonderes. Zudem bestrichen die Landfrauen die Kerwebratwurst noch mit Senf. Sie sagen immer, es wäre ganz normaler Senf. Auch hier muss ein gut gehütetes Geheimnis dahinterstecken. Bei den Landfrauen schmeckt es einfach besser. Am Kerbesamstag lautete das Motto mit Stock und Hut zur Kerwe. Da an diesem Tag kein Trinkteam vor Ort war, wollte ich am nächsten Tag natürlich wissen, wie das Motto umgesetzt worden war. Oh oh, schwierig, schwierig war es so Susanne Volz, Essingens Ortsbürgermeisterin, die mir auch dieses Foto zugesandt hatte. Selbst Essingens bekannteste Hutträger kam zwar aber vollkommen ohne Hut. Tja, und ein Stock war wohl noch schwieriger zu organisieren. Aber unsere Essinger zeichneten sich schon immer dadurch aus, flexibel und einfallsreich zu sein. Einige hatten einen Hut dabei, die anderen kehrten stante Päde um, um ihre Kopfdeckung zu holen und was den Stock betraf, war man noch erfinderischer. Jeweils zwei Herren umfassten zusammen einen Stock. Eine Dame packte stattdessen ihren Garten, aber das Kerwe-Motor war erfüllt. Und das Beste war ohnehin die Stimmung. Die war einfach bombastisch. Der Kerwe-Sonntag war unter anderem Eulenbühnentag und da wurden natürlich auch wieder Sketche von L'Oriot aufgeführt. Den Reigen eröffnete eine Lehrerin und die kleine Schwester einer Schülerin. Die Lehrerin wollte deren Mutter benachrichtigen lassen und das hat wohl nicht so ganz geklappt. Okay, ich habe den Leistift jetzt angespitzt. Dann schreib mal Donnerstag auf. Das geht schon wieder nicht. Und warum nicht? Weil ich erst fünf bin und noch nicht schreiben kann. In diesem bekannten L'Oriot-Stil unterhielten Mitglieder des Eulenbühnen-Ensembles, die zu diesem Tageszeitpunkt leider nicht sehr zahlreichen Zuschauer. Dafür waren diese aber sehr begeistert und spendeten reichlich Applaus. Auch in dem Stück der Lotto-Gewinn werden mit der Nervosität der Gewinnerin wahre Lachsalben des Publikums erzielt. Es ist ja auch schwer im Bewusstsein eines Millionengewinns im Rücken vor einer Fernsehkamera von sich und seinem Gewinn zu erzählen, ohne sich zu verarspeln. Aber nach der x-ten Wiederholung wirft die Regisseurin, hier von Holle Münster dargestellt, schließlich doch das Handtuch. Ich bin Rentnerin und in 66 Jahren fahre ich nach Island und mache einen Gewinn von 500.000 Euro. Und dann eröffnet der Papst mit meiner Tochter in Wuppertal eine Damen-Boutique. Danke, das war's. Und das Loslassen, das kann vor Gericht verschiedene Bedeutungen haben. Vor allem, wenn es aus dem fünften Stock geschieht. Ist ja kein Wunder, dass da etwas schießgehen musste. Und das hat Ihnen Dr. Noah so gesagt, dass ich einfach mal loslassen sollte. Wir haben die jüngste und erste jugendliche Schauspielerin, die in Essingen in die Grundschule geht und die heute das erste Mal auf der Bühne steht. Helena Lindemann. Bravo! Noch eine besondere hier auf der Bühne, die schon 1970, also in den 70er-Jahren auf der Bühne gestanden ist. Das ist unser ältester. Die Conny Fischer, guck einmal vor. Unser Conny ist schon ganz, ganz lang auf den Brettern der Bühne und deshalb bringt sie heute ganz kleine Kreislauf-Trompe. Bitte sehr. Kleiner darf es aber nicht sein, wollte ich nur sagen. Vielen Dank, Pony. Ich mag es halt gerne. Beim Ponyreiten fragt man sich unwillkürlich, wer hier arbeitet. Arbeiten die Ponys, die die Kinder tragen, die Führer, die die Ponys leiten oder die Eltern, die die Kinder halten. Grußam und gemütlich sieht es allemal aus. Und wo riecht es mehr nach Kerbe als beim Küßwarenstand, ist ja schon fast ein Geruch wie Weihnachten. Schnuppern sie doch mal. Merkwürdigerweise sieht man nirgendwo zufriedenere Menschen als am Kerbekarussell. Die Kinder haben leuchtende Augen und die Erwachsenen eine entspannte Miene. Super! Bunt und vor allem knallig geht es dagegen bei den Luftballons zu tun. Was ist eine Kerbe, wenn es nirgendwo bunt ist? Ja, klar. Einer der Höhepunkte der Kerbe war auch in diesem Jahr ein Besuch mit dem Schoppe-Panel bei Essinger Winzern im Freien Feld. Diese hatten ihren Stand auf dem Rastplatz am Rosberg der alten Höhe 408 aufgeschlagen. Dort gab es für die Gäste des Schoppe-Panels Weinproben und kleine Häppchen. Ein Angebot, das immer wieder gerne angenommen und im Schatten in Ruhe genossen wird. Aber nicht nur die Winzer waren vor Ort, sondern auch Jürgen Fröhlich mit seinem Streichelzoo mit Ziegen, Gänse und Kaninchen. Sicher ein Highlight für die Kinder. Aber auch ein dezenter Hinweis auf Martini und das nächste Weihnachtsfest. So schön und so schmackhaft es am Rosbergach war, etliche Besucher zog es wieder zurück zum Kerbe-Café der katholischen Frauen. Draußen bei warmem Wetter und Sonnenschein wandten sich etliche Gäste ein. Aber die meisten saßen im Foyer bei duftendem Kaffee, leckerem Kuchen und schmackhaften Torten. Doch auch die Laune und das Scherzen der stets gut aufgelegten Damen war mehr als anstößt. Ein Wunder, dass das Café immer gut gefüllt war. Auch Altbürgermeister Hartmut Dockler war anwesend und genoss zusammen mit seiner Tochter die Leckereien und die gemütliche Atmosphäre im Kerbe-Café.